So jetzt kommt die Superbäller 1 von Weghohe. So jetzt kommen wir zum Fazit von den Superbäller 1 von Weghohe. Und zwar muss ich sagen, das waren richtig geile Böller. Also die haben 5,05 Euro bei Pyroland aber der 4. Schinken gekostet. Aber das waren noch älteren mit dem, ich glaube die Charge 2009, 2010. Und die haben einen richtig ordentlichen Knall gehabt. Also muss ich sagen, bei Pyroland könnt ihr sie euch holen. Da kommen sie noch mit der älteren Charge. Und ja, das war es mit dem Fazit von den Superbäller 1. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und tschüss.